ARD Text im Auftrag von Funk Max, 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 wenn du vielleicht kurz das Maul halten könntest, ich mach grad nen Vlog. Riesiges Ding auf jeden Fall. Jedenfalls riesiges fettes Ding, verschiedene Shows, wir haben Hamburg vs. Spandau, ich gegen Trimax quasi. Max, dann erzähl uns doch mal ganz kurz. Ey, Abstand, Abstand, Abstand. Du sitzt ganz rechts und Max, dann erzähl uns doch mal ganz kurz. Was hast du dir dabei gedacht? Ich erzähl dir mal was über Set, okay? Ja. Pass mal auf. Die ist egal. Weißt du, woher das kommt? Nee. Das haben wir damals 2015 für die League of Legends Worlds Übertragung gekauft von Ikea, um das Set zu rekonstruieren für Summers Inn. LOL. Dieses Telefon ist eigentlich von mir. Haben die mir abgezogen? Irre. Jetzt kurze Frage, wieso habt ihr alle so... Das hier ist Recycled Hit. Mach mal mich. Das hier ist Recycled von Baal. Wow. Diese Bomben sind auch aus dem League of Legends Set. Das sind nämlich Six Bomben. Kennst du Six? Sechs. Bitte nicht so nah. Alle haben so einen richtigen Filmstuhl und ich hab so eine Tonne. Auch. Wird auf jeden Fall ein richtig fettes Ding. Leo wird ein bisschen mit der Kamera dabei sein. Gebt doch... Film das! Ja, film mal den Fernseher! Film, film mal den Fernseher! Oh mein Gott. Und hoch. Es ist ein Insane. Man kann jetzt TikTok am Fernsehen gucken. So cool. Ich glaub, wichtig ist für euch, wer kümmert sich nachher so ein bisschen um Social Media? Ich bin der Experte. Ich bin ja dafür gebucht worden. Social Media Experte. Ich bin Social Media und Charity Experte. Das ist echt geil. Jedenfalls Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier Cut, jetzt kurze Einweisung hier, ja. Stream geht jetzt gleich los. Checkt's auf jeden Fall aus. Link natürlich in der Videobeschreibung. Und alles Weitere wird ein super geiler Vlog werden. Wir sehen uns die Tage später. Trimax, was ist denn deine Meinung generell dazu? Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen. Max? Trimax. Max? 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 Oh Gott, er hat nen Schlagabfall. Max? Oh nein. Oh Ma- Du kannst doch Pornos anmachen. Ne, nur Möbel gucken dann vielleicht kurz mal. Wir müssen jetzt nicht so gehen. Hat mir jemand gesagt? Ganz in drinnen bin ich. Nicht mehr? Jetzt solltest du... Einen sauber guten Tag meine Damen und Herren. Was geht? Wir kommen zur GameVasion. Geh mal die Tuch. Tura bitte komm. Muim, muim bitte die Tuch einmal die Maus ab, wie hier wegen Corona Virus. Kalle, komm mal bitte kurz. Kannst du kurz unsere Strategie erklären jetzt gleich? Rein. Ich muss sagen, wir haben uns alle 10 Kaffee reingekloppt. Energydrinks. Rein, rein, rein. Wir sind Punkt. Wir wollen in Hamburg. Vielleicht verlieren wir auch, aber wir machen sie weg. Denk ich auch. Das ist was der Mann sagt. Wir spielen jetzt gleich in Hamburg gegen Spandau. Und zwar in Call of Duty Modern Warfare. Im Gegnerteam haben wir... Eigentlich als einzige Bedrohung Amar. Das war's dann an der Stelle. Trimax ist jetzt auch dabei. Das wär's dann. Perfekt, bis gleich. Wenn wir gleich verlieren, kriegen wir eine Geldstraße, richtig? Gibt's einen auf Moas. Wer ist denn der Team-Captain? Ja, du nicht. Du bist so ein Asi, ne? Du bist ja nicht mal wahrer Spandau. Moderationskarten. Es steht alles interessant über deine Person drauf. Oh! Nicht gar nicht! Ne, wir sollten jetzt mal hier ein bisschen Harmonie vielleicht sonst... Scheiß Trimax, oder? Genau. Scheiß Trimax, Alter. Weg mit dem. Dann schneiden wir jetzt rüber, wie wir Call of Duty verlieren. Gewinnen! Genau, das machen wir auch. Das, was er sagt. Das machen wir auch. Schneider. Und wie nennst du denn Schneider? Neo. Keinen Namen. Bei mir ist dann einfach nur Schneider. Kannst du mal Tode kurz holen? Ich soll jetzt hier runterkommen. Ja. Deswegen. Ne, du wolltest doch gegen ihn Liegestütze-Challenge machen. Und los! Liegestützen-Challenge. 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 Digga, das war nicht geplant. Ich bin jetzt hier runtergelaufen mit einer Sorge. Ja, ey, ich bin aber richtig im Modus gerade, ne? Ich hab richtig Bock, uns zu motivieren. Du bist jetzt der Chef. Danke. Soll ich dir einen blasen? Nicht mehr Wasser. Ruhe. Aber verstanden. Klar. Und noch einmal. Und noch einmal. Lecker Burger. Also ich mach mir jetzt einen TikTok-Account, Leute. Ihr könnt mir folgen. Hier ist mein... Ja, doch. Aber ich hab nicht gehört. Das ist mein... Das ist mein... Du Ar... Ach, Aua, hör auf! Lass das... Ah! Nein! Du... Hör auf! Oh! Kennst du das hier? Geht darum, wer länger aushält. Komm, eine Runde. Schnell, Leo. Achso. Ne, muss man nicht so. Ne, ne, ne. Ah! Ich sterb. Du weißt, was das heißt mit den zwei Fingern? Ah! Hallo! Und klaut jetzt einfach... Ich hab so einen abgelaufenen Burger gegessen. Mir ist ganz schwindelig. Und deswegen musst du beruchsen. Mir geht's gar nicht schlecht. Das ist Rezo von YouTube. Blaue Haare, blaue Hose. Das ist Rezo von YouTube. Blaue Haare, blaue Hose. Wir sind nicht in Ruhe ab. Wir fahren jetzt nach Berlin. Nein, wir fahren nach Hamburg zum Max. Wir drehen heute nämlich da mit den Lockheed Bühnen so ein Trimax. Und das wird... Ich hab jetzt drei Uhr wach. Wir sehen uns in Hamburg. Ich lächle gerade mit der Maske, man sieht das nicht. Ich fühle hier einfach einen anderen Mund an, Leo der lächelt. Perfekt. Guten Tag. Du bist also hier, um mein Unternehmen ankaufen zu wollen. Nein, nein, ich filme nur für dich. Du möchtest mir also einen Pitch machen für dein neues Produkt? Ich filme hier nur... Willkommen in meinem Head's Office. Das ist nicht deins, das ist von Rocket Beans. Ich bin diese Rakete hinter den Rocket Beans. Digga, du bist ja heute zu Gast. Du kamst gerade aus Berlin. Du wurdest da hierfür gebucht. Und ich bin nicht irgendjemand, der dir irgendwas andrehen will. Ich bin einfach nur hier zum Filmen. Mach jetzt dein Ding. Lass mich aber in Ruhe. Wir haben hier auch metal Häppchen für dich, wenn du möchtest. Ich sag's jetzt noch. Eigentlich warten wir noch Trimax damit. Mit Videotitel haben. Und dann geht's rein in den Dreh. Wir spielen heute. Und... Bis gleich. Schrottkarre. Boah, Junge. Ey, ich hab grad meinen nackten Arsch auf deine Motorhaube einfach gemacht. Warum? Einfach, weil es geil ist. Weil der war noch warm. Mein Arsch war auf deine Motorhaube. Mit dem angekommen, ja. Wir sind auf. Ey, wir sind schon... Alter, geht schon los? Geil, ist das funktionierend? Wir wurden nicht fest. Alter, Gummibärchen. Das ist ja mega nice. Können wir nicht mit denen in den Voice-Chat vielleicht gehen? Sind wir schon? Echt? Ja, ich höre gerade, wir sind zugeschaltet. Hallo? Verarscht. Hallo? Ja, ich melde dich nicht. Willkommen. Hallo? Da ist keiner. Wie soll ich dich auch hören? Ich hab manchmal ein Headset auf. Wir sind aber nicht mal im Discord oder sowas drin. Nee, nee. Das ist die Regie. Das ist die Produktion. Mein Bildschirm ist ausgefallen. Und mein outdated Client. Ja, der Ofen ist richtig. Jetzt spielen. Jetzt spielen, Maxi. Ich werde... An alle Leute, die mich jetzt hier nerven, alle. Wir bangen einfach weg. Todes, Henno. Ich hab jetzt gewarnt. Das bin ich. Getötet. Hydran mag zugweißig. Wir wollen jetzt hier in Ruhe spielen. Hier kommt ein Random. Hier kommt ein Random, der geist mich an. Wer ist das? Ich war kurz davor nicht zu bannen. Also wenn ich Maxim einmal angreife, banne ich ihn. So, wir gehen jetzt noch was essen. Wir warten nur ganz kurz, bis Trimax seine Insta-Stories aufgenommen hat. Ich denke mal, das dauert nicht lange. Ich glaube, ich zwei Insta-Stories, die er machen muss. Also, das würde wahrscheinlich nicht lange dauern, ne? Kannst du... Nee, wenn er seine Insta-Stories macht, ne? Kannst du nicht so einen Softair-Sound vom Handy abspielen, damit er denkt, dass es naja echt das Softair ist? Dann duckt er sich weg und hat Angst. Weißt du? Ist ne gute Idee, oder? Das nicht. Es gibt ja nur sowas. Aber wenn das jetzt nicht klappt, ist es sau peinlich, ne? Ja, ist echt peinlich dann. Max, 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 Max! Dafür darfst du, du fällst drauf rein und denkst, dass es ein Softair ist. Ja, das hofft er das Haus. David? Ich dachte echt ohne Witz, das wäre irgendwie ein Ding, was wir noch nicht zugelaufen kommen. Wir haben das gar nicht als Waffel wahrgenommen. Also von vorne, ne? Guck mal, von vorne, was ist das denn? Wie sieht das aus? Ich denk, sowas prallt, sowas verdient. Das ist in Ordnung, okay, gut. Brauchst du noch lange? Hä? Brauchst du noch lange? Nee! Du brauchst drei Minuten, dann fangen wir los. Nee! Das ist einfach nur feinlich wieder. Das ist einfach mal wieder feinlich. Nicht so! Überheblichkeit. Ist dein Punkt, die Starago? Ja. Ich habe die meisten Fragen beantwortet. Ich habe daneben getroffen. Betroffen wahrscheinlich daneben, oder? Die meisten Fragen habe ich ja beantwortet. Ich war im hohen Vorsprung, war da leider zu mutig. Trials ist ein absolutes Müllspiel, was ich so nicht mehr spielen werde und auch nie spielen wollte. Ich habe keinen Motorradführerschein. Es geht ja auch eigentlich nichts ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein, sag ich mal. Viel wichtiger ist doch eigentlich, dass wir jetzt an der Stelle auch einfach mal gemeinsam begreifen, dass wir vielleicht hier auch dann den ersten Ansatz in Richtung halt deine Fresse. Ja. Wir sind durch. Des heutigen Tages Vlogs endet nun. Es waren zwei unglaublich tolle Tage hier auf der Gamevation. Einmal in Berlin-Spandau und einmal hier in Hamburg. So, wir fahren jetzt den Zug zurück und ich habe es ja schon nepper gesagt. Wenn ihr sehen wollt, was bei der Gamevation so passiert, steckt den Link in der Videobeschreibung. Zeckt den Stream aus der Leute daily. Durchgehend. Wir sind an der Stelle raus. Du bist Trials Manager. Darf man dich sehen? Echt? Kennt man dich? Kurze Frage, wie ist es und warum? Warum? Wie ist es und warum? Genau. Warum machst du das beruflich? Wegen dem Geld? Klar. Und wie geht's dir? Danke für das kurze Interview. Wir sind dann an der Stelle mit dem Vlog durch. Alex, es war echt eine Ehre. Wir sehen uns morgen dann wieder, wenn es wieder heißt in Berlin. In Berlin. Tschüss.